noch ein Mikro-Zombie in die Richtung noch mal 1 2 3 4 okay 2 2 so leute es ist dann ist man es wäre ach das ist wolle pflanzen und auch ein Weißwein hey wir haben noch Gold Goldene Äpfel ja auch was ne ja kann man machen muss man aber nicht was auch lustig werden wäre vielleicht mal Melonen und Tränke ja oh ja Tränke Braustand noch eine Lohnrunde wäre vielleicht mal ganz praktisch nicht nur da ist überhaupt mal kein Portal und dann noch ne Festung ne mein Obsider haben wir ja genug ne ja ich hab auch genug Knochen jetzt 26 ne also ja Knochen hab ich auch noch ein paar in der Truhe aber es ist echt ein Knochenjob bisca 24 6 ja ich hab mal mal einfach mal ии ju also okay ich glaube ich habe erst mal genug stein aber es ist ja noch nach und ich habe keinen bock zu feiten also vergabtes fleisch ist okay dann tut das doch also wir brauchen nicht mal ein thema wie wir es in ukrainien das haben wir schon so was alle von der ukrainien schreibt in die kommentare wo ich mal wie es ist eigentlich da kann aus wenn wir die folge hochladen er schreibt doch mal in die kommentare wie ich in wieses und setzt wo ihr sie zur folge schaut also immer nachdem es hochgeladen habe nein ich habe die folge nach dem wir sie auch geladen wie ist es gerade in der ukraine aus die es und wie geht es der ich habe jetzt überhaupt noch gibt oder wenn sie uns noch nicht umgebracht hat oder was muss er noch ebola gibt es dann bestimmt auch noch bis wir hier die folge hochgeladen haben auch meisten ich nehme ich noch mal mit so also und nächste spitzung und hier ein zombie ja wie du es nur aufmerksamkeit und was ich hatte ein herz und ich habe kein bock noch mal zu sterben also warte ist es okay sie haben neue funktion ganz toll so es gibt zwei der klaren externe ein die abstimmen hier ok da ist irgendwo und ich wüsste wo du wo du gerade gewesen wärst könnte ich dir helfen also ich mache eine kleine pause ich komme gleich wieder haben also es geht nicht so genau wenn der gesamte wechseln wechseln ich war darauf es tag ist es wäre doch was also das hören kommt hier noch ein bisschen was anderes nehmen also ich habe eine runde in der gänze kommentiert mal ich drücke jetzt auf die heißt wie server teleporter ok unser stellbuch ist schon ziemlich groß geworden ich gehe auf server teleporter zu endergames und ich habe kein ich habe kein schreie nicht so jahre alter das habe ich einfach nur üblich erschreckt gerade die endergames server sind gerade am arsch what the fuck ist das soll hier irgendwie mal eine tür einbauen der server hat es auch wie sieht es bei gang games aus ja es soll das habe ich gerade ich hätte herr und erschreckt mit langer alter schwede als nächstes was ich brauche seine tür rein ganz ehrlich denn noch ein bisschen in die richtung was so zürgen kämpft gegen gegner und stirbt schon wieder ja sorry leute aber irgendwie leckt ja gerade das internet nicht so lecker hat sich schon wieder gelohnt hat sich schon wieder gelohnt dann liegt vielleicht da dass wir mal was hochladen das muss jetzt langsam fertig sein das hat heute noch 150 minuten gedauert also ich glaube nicht dass es so schnell hochgeladen wurde ist sein tut hier oben stoff ich mal wieder ein bisschen aus das ist eigentlich ganz lustig aus aber kein bock mehr ganz im ernst verbindung trennen es ist immer noch nacht ich brauche einen ordentlichen server so ich kann jetzt sagen es ist immer noch nacht es ist ein wasser skelett ja dann wird so schnell auch nicht verbrennen du musst mich nicht so angucken wenn ich ein schwert hätte würde ich ja rauskommen aber ich habe ja keins also ich habe nicht mal aus mir hier ein schwer zu machen geschweige denn eine werkbank scheiß drauf ich gehe jetzt raus aus der tag genau deswegen wollte ich raus das war es wirklich nicht nötig alter schwere das haben wir jetzt mal wieder ein bisschen erde muss immer auch das positive sehen kann es jetzt mal da zu dem punkt gehen wo ich ich weiß noch nicht wo der ist du lustiger ja geh einfach mal zurück bis richtung leuchtturm so nach hinten aber wie viel körper und selbst fünf ja das kann ja genau oder hinten am zauberhaus vorbei vorbei am zauberhaus ach so ist ein kacktee nicht doch gerade ist was in dieser formation das scheiße gebaut noch oh man sieht schon unser haus das sieht schon ein bisschen scheiße aus ne noch ja geh mal da hinten am zauberhaus vorbei welche richtung links rechts mittel ein rechts ja dann ist es hier ist nicht kein skelett gehen noch mal gehen noch mal rein und gucken ob das skelett noch da ist moment könnte nämlich sein dass es hier ist ne ok hier sehe ich nichts das skelett ist nicht da das geld ist auch nicht da okay du bist irgendwie komplett woanders egal du kannst es wieder heim kommen aber auch in die keinen kaktus da ist eh nicht aber muss ich noch bauen kannst du mir bitte was an die es essen geben ich habe nur noch drei öffnen ach ich gehe mal schnell ins ofenhaus ich muss nämlich noch ein bisschen brutzeln alter hat mich das gestresst so wieder voll im einsatz hier ich habe drei herzen alter mir geht sogar noch gold drin mir geht es ja so gut wie noch nie ich habe ganze drei herzen so ok wo bist du schon wieder in meinem haus vielleicht brauchen wir auch mal was zu essen hast du das gehört ja gut du bist nämlich nichts davon bekommen ja ist eklig 친구 hässlich fett behindert dumm kacke so wie du halt ne Musik Musik